Hallo und herzlich willkommen zu... ...wieder die Kopfhörer des Grauens auf, die alles nur noch schlimmer machen... ...und ich weiß schon jetzt nicht mehr, ob es genauso aussieht Flur 3... ...wie beim letzten Mal, da muss aber irgendwo bei Flur 5, 6 rum... ...so ein komischer Raum kommen... ...nein, das ist glaube ich jetzt schon anders... ...und wir wissen jetzt also, dass Löcher töten... Hm... ...wann ziemlich kurz der letzte Teil... ...was aber über Flur... ...und wir werden stärker... ...unikation... ...impossible... ...explore... ...weil nach... Flur 6... ...impossible to explore... ...ich sag ja auch so viel als Feedback... ...wodurch die wissen, dass sie mich schlecht hören... ...das ist Nummer 7... ...oder hören die auch mein Let's Play... ...okay... ...hätten meine Augen sehen sollen... ...ich bin grad voll aufgerissen... ...hier... ...flur 8... ...ich hab Skills eines Ninjas... ...heißt, ich werde mit Superreflexen... ...losschreien, wenn mich irgendwas töten will... ...aber es geht auch gar nicht darum hier irgendwas... ...zu... ...zu... ...neu... ...sind das Schreie? Hallo? Sind das... ...waren das Schreie? Waren das ein Monster? Flur 10... ...ich komme weiter... ...das letztes Mal... ...und ich muss schon sagen... ...es ist komplett anders als letztes Mal... ...und jedes Mal ist was Neues... ...und wir haben wohl in dieser Version ein bisschen... ...Audio... ...Flur 11... ...Unterstützung gehabt... ...und irgendwas... ...atmet hier gerne... ...okay, okay... ...Flur 12... ...vielleicht kommt das hinterher... ...was uns vorhin... ...unseren... ...schönen Funksprecher aufgegessen hat... ...der uns jetzt nicht mehr... ...begleitet... ...eigentlich fand ich den nicht so unsympathisch... ...Flur 13... ...als er die ganze Zeit genervt hat... ...den vorhin mal... ...irgendjemand schaufelt Schnee... ...Flur 14... ...das war noch voll in Ordnung... ...als er da war... ...ich meine er hat mich zwar... ...auch... ...find ich jetzt überhaupt nicht cool... ...hier waren gar keine Fässer... ...hier kann man doch gar nichts rum... ...dingsten das einzige... ...Flur 15... ...aus Metall war doch der Eingangsbereich... ...nein... ...nicht reingucken... ...das war knapp... ...fasst hätte ich reingeguckt... ...wenn man reinguckt... ...dann wird man doof... ...NUAAA... ...bin ich tot? ...bin ich tot? Nein... ...Gott, alles gut... ...alles gut... ...Geräusche machen Spaß... ...jetzt hab ich Gänsehaut... ...also ist besser als der Vorgänger... ...den ich Flur 17... ...nicht nochmal spielen... ...war das das Trollface? ... ...ich hab irgendwas flackern sehen... ...irgendein Sprite ist gerade gekommen... ...nach ich hab jetzt keine Lust mehr... ...warum hat das Spiel mich nicht schon... ...ix getötet... ...hallo... ...Flur 18... ...getötet... ...es ist viel besser als der Vorgänger... ...ich kann das nur loben... ...aber es macht... ...mir kein besseres Gefühl... ...den es ist 22... ...fucking nachts... ...ich kann auch... ...atmen... ...Flur 19... ...und ich hab glaube ich... ...schon ein paar Zahlen... ...vergessen zu sagen... ...oder? ...bin mir nicht sicher... ...ich will hier einfach... ...nochmal raus... ...kann ich nochmal... ...Flur 20... ...kann ich nochmal... ...weihnachten sein... ...dann könnte ich... ...das Gewinnspiel abhaben... ...und das macht doch viel mehr Spaß... ...ich fang auch an... ...mich gerade hier im Zimmer umzudrehen... ...und ab und zu zu gucken... ...wann irgendwas drin ist... ...Hallo... ...Flur 21... ...jetzt hab ich's auch gesehen... ...das ist sein Gesicht... ...das ist doch schön... ...besser als dieses... ...fucking Gollum... ...wie ich das hier aufgetaucht ist... ...und falls es das... ...Letsplay sieht... ...ich wollte dich nicht beleidigen... ...komm mich bitte nicht besuchen... ...Flur 22... ...ich hab hier eigentlich... ...wirklich keine Lust entlang zu gehen... ...Flur... ...okay es wird dunkler... ...oh... ...loh... ...das... ...Männchen... ...bist du noch da? ...dann hab ich jetzt verkackt... ...weil du nicht mehr weg gehst... ...es ist wieder weg... ...ich glaub ich hätte auch... ...das SCP noch ein bisschen... ...weiter spielen können... ...hätte ich das irgendwie... ...wieder verschwinden lassen... ...bevor es mich erwischt... ...Flur 23... ...ich guck da nicht rein... ...das kann überall zu jeder Zeit passieren... ...und ich hab da schon... ...keinen Funkspruch mehr... ...ich denke ich bin gefeuert worden... ...sonst würde mich jetzt... ...irgendwem... ...Flur 24... ...hier rausholen oder? ...ich bin gefeuert... ...ich bin arbeitslos... ...und suche gerade das Jobcenter... ...und als ob ich das hier finden werde... ...mein Gott... ...sie haben gesagt... ...Schalter 83... ...B5... ...aber jetzt bin ich schon bei 25... ...weiß... ...Flur 24... ...und... ...apropos weiß... ...ich weiß überhaupt nicht wo ich bin... ...diese Jobcenter sind so dumm aufgebaut... ...mit den ganzen Schaltern überall... ...und... ...irgendwie diese Bediensteten... ...Flur 26... ...vor allem diese komische Frau, die einen... ...überall erschreckt... ...jetzt geh ich mal hier rein... ...wenn da im Boden ist... ...ich... ...ich versuche wild da rein zu springen... ...Aaah... ...oh... ...Hallo und willkommen zurück... ...Funkspruch bitte... ...Fick dich... ...Ähm... ...Please proceed with caution... ...Natürlich... ...ich wollte nochmal tschüss sagen... ...mich von allen verabschieden... ...die heute und jetzt mit mir gelitten haben... ...in der längeren Aufnahme... ...die vorherige wurde eine Einzelfolge... ...auch jetzt atmet schon wieder jemand... ...und hey... ...ich werde gerne hier rauskommen... ...bevor ich gefeuert werde... ...Zum Glück bin ich noch auf YouTube... ...das ist ein sehr angenehmer Job... ...YouTube tötet einen nicht... ...wenn man etwas falsch macht... ...indem es einen in diese Schock... ...Stockwerke schickt... ...Schockwerke stimmt eigentlich auch... ...puh... ...bis zum nächsten vielleicht... ...Horror-Display vielleicht auch nicht... ...ich denke aber, dass ich für heute Abend... ...genug habe... ...Schrägstrich Nacht... ...Schrägstrich... ...Gute Nacht... ...Euer Krash... ...Gute Nacht...